Im zweiten Gruppenspiel der Nations League musste sich die deutsche Nationalmannschaft mit einem 2 zu 2 Unentschieden gegen die Niederlande zufriedengeben und in diesem Video analysiere ich das Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Der Fokus liegt dabei wie gewohnt auf der deutschen Mannschaft. Bevor wir zum Spiel im eigenen Ballbesitz kommen, muss man zunächst einmal wieder das Negative ansprechen. Gegen Ungarn war es ja schon der Fall, da habe ich es auch angesprochen, dass man eben anfällig war und dass dies bessere Gegner ausnutzen würden. Genau das war jetzt der Fall mit der Niederlande, die einfach deutlich mehr Qualität im Kader haben und dementsprechend zwei Tore erzielt haben, auch noch weitere Großchancen hatten. Meistens dann halt eben, wenn sie das Pressing von Deutschland überspielen konnten oder wenn Deutschland den Ball verloren hat, dass sie dann eben schnell umschalten konnten. Das war auch beim 1 zu 0 der Fall, da macht es Gravenberg gut, aber es gab auch noch eine weitere Szene, da spielt er wieder einen genialen Pass in die Tiefe. Riesige Chance für die Niederlande, da könnte es schon 2 zu 0 stehen, aber das ist halt wie schon häufiger angesprochen das Risiko, dass man einfach gewissermaßen eingehen muss. Klar kann man es auch an gewissen Stellen noch besser machen, aber durch diese proaktive Herangehensweise kreiert man sich ja auch vorne Chancen, sei es aus dem eigenen Ballbesitz heraus oder wenn man halt eben hohe Ballgewinne erzielen kann. Genauso geschehen beim 1 zu 1 beim Ausgleichstreffer. Wie schon bei der EM hatte Holland hin und wieder schöne Aufbausequenzen, in denen man sich gut hin und raus befreit hat. Hin und wieder hatte man aber auch Schwierigkeiten, Deutschland hat es auch vorne gut zugestellt. Wie gewohnt aus diesem kompakten 4 für 2 heraus, dass offensiv eher ein 4-2-4 ist, hatte da meistens vorne guten Zugriff drauf. Hier ist es Musiala, der an den Ball halber drankommt, Havats behauptet ihn dann, spielt ihn auf Undaf, der behält die Übersicht, spielt raus auf Wirz, dann kommt der Ball über Umwege, Verbrocken hält auch zurück zu Undaf, der dann eben den Ausgleich erzielt. Im eigenen Positionsspiel, wenn man also kontrollierten Ballbesitz hatte, was häufig der Fall war in dem Spiel, hat man eine entscheidende Änderung vorgenommen, die denke ich auch gegnerspezifisch war, da man das so in der Form bisher noch nicht gesehen hat unter Nagelsmann. Da hat einem natürlich auch in die Karten gespielt, dass die Niederlande meistens im Mittelfeldpressing verteidigt hat, also sie sind selten hoch angelaufen. Hin und wieder haben sie sich auch noch tiefer fallen lassen, aber meistens waren sie eben im Mittelfeldpressing, haben dementsprechend aber auch Platz hinter der Kette angeboten. Generell finde ich die Matchpläne unter Koeman gegen den Ball nicht ganz so stark, mit Ball finde ich die Niederlande schon wieder besser. Habe ich aber bei der EM so schon häufiger geäußert und genau das wollte Nagelsmann ausnutzen und hat es mehr oder weniger auch geschafft. Und zwar hat man es heute mit den vier Offensiven oft nicht ganz so eng wie gewohnt gemacht, die waren ja häufig aus sehr engem Raum, haben immer wieder rotiert und einem Kombinationsspiel Lösungen gesucht. Da haben sich, das sieht man hier ganz gut, die zwei zentralen Spieler meistens etwas tiefer fallen lassen, aber an die Innenverteidiger orientiert, also die gebundenen und mehr oder weniger, wenn die rausverteidigt haben, auch Raum kreiert, in den die äußeren Spieler hätten hinein starten können. Andererseits, und das wurde viel häufiger ausgenutzt, haben die äußeren Spieler sich an den gegnerischen Außenverteidigern orientiert und dort positioniert, direkt an denen dran. Natürlich waren die nicht permanent dort, konnten sich hin und wieder auch fallen lassen, man war da schon frei und nicht nur strikt in dieser Struktur. Aber so wollte man die gegnerischen Außenverteidiger binden, um dann Tiefenpässe auf die eigenen Außenverteidiger spielen zu können. Die hat man meistens, wie man auch hier sieht, da hat man die gleiche Struktur vorne, die zentralen Anspielstationen etwas tiefer, um auch die Innenverteidiger rauszuziehen. Die eigenen Außenverteidiger, Kimmich und Raum etwas tiefer, vorne hat man die Außenverteidiger von Holland gebunden. Und genau das hat beim Tor zum 2 zu 1 noch in der ersten Halbzeit perfekt funktioniert. Da hat man hier den 3-1 Aufbau, auf der rechten Seite ist es in dem Fall nicht der Fall, aber auf einer Seite hat man das eben meistens so umgesetzt, dass einer den gegnerischen Außenverteidiger bindet. In dem Fall Musiala, hier markiert an Dumfries. Die Szene geht weiter, Andrich erhält den Ball und spielt dann diesen perfekten Pass in die Tiefe hinter die Abwehr von der Niederlande, die hier eigentlich schon recht tief steht. Aber das ist halt einfach extrem schwer zu verteidigen. Dumfries ist durch Musiala gebunden. Andererseits kommt Raum auch mit ordentlich Tempo an, da er noch nicht in der vordersten Linie war, sondern etwas tiefer stand und dann eben mit Tempo in die Tiefe hinter die Abwehr einstarten kann. Legt den Ball dann perfekt zurück auf Undaff, dann kommt er wahrscheinlich etwas glücklich zu Kimmich. Dennoch war das sensationell herausgespielt und man hat genau dieses Muster ausgenutzt, das Nagelsmann vor dem Spiel, denke ich mal, vorgegeben hat. Allerdings, auch wenn man das Spiel weitestgehend kontrolliert hat, war man hinten hin und wieder halt unaufmerksam und nicht ganz konzentriert bei der Sache. Dementsprechend fällt auch das 2 zu 2. Musiala könnte ja klären, macht es nicht. Tolland geht gut ins Gegenpressing. Spielen dann den Ball in die Tiefe. Probe macht den perfekt fest. Schlotterbeck sieht auch nicht ganz gut aus, auch wenn das schwierig ist. Raum kommt dann auch zu spät, um Dumpfies zu verteidigen, der einschiebt. Aber nur kurz darauf gab es den für mich besten Spielzug der deutschen Mannschaft. Da wurde auch dieses gerade schon angesprochene Muster wieder perfekt umgesetzt. Erst hat man es von hinten aufgebaut. Ich glaube, Ter Stegen spielt den Pass auf Undaff, der sich fallen lässt. Zieht damit sogar mit Van Hecke einen Innenverteidiger von Holland aus der Ordnung. Lässt den Ball klatschen auf Andrich, der spielt ihn perfekt raus. Wieder auf David Raum, der da extrem viel Platz hat. Da eben Musiala wieder Dumpfies den Rechtsverteidiger gebunden hat. Und da hat man dieses Muster in Perfektion gesehen. Letztendlich entsteht hier ja sogar noch eine Großchance daraus. Havertz vergibt letztendlich nach der Flanke, nachdem auch noch Wirz dran war. Aber wieder ein sehr starker Spielzug. Dass man sich bewusst immer beim gegnerischen Außenverteidiger positioniert hat, wird hier auf jeden Fall spätestens erkenntlich. Da ist es Bayer, der schaut sich um und geht dann eben bewusst zum Linksverteidiger, in dem Fall Timber. Nichtsdestotrotz gab es dann im weiteren Verlauf in der zweiten Halbzeit nicht mehr die ganz großen Chancen für Deutschland. Das lag auch an einer Änderung von der Niederlande, die es dann deutlich besser gemacht haben defensiv. Und zwar hat sich gegen den Ball der linke Flügel, Rackpo, noch etwas tiefer fallen lassen, sodass man da eine Fünferkette gebildet hat. Dementsprechend war man dann nicht mehr so anfällig für diese Bälle auf die Außenspieler von Deutschland. Hier sieht man das ganz gut. Musiala startet sogar mit etwas Tempo zum Außenverteidiger hin. Dementsprechend würde er eigentlich den Pass auf Kimmich perfekt öffnen, dass er dann extrem viel Platz hätte. Dadurch, dass Rackpo aber weiter hinten ist, ist das nicht der Fall. Und so kam er nicht mehr zu den ganz großen Chancen. Auch weil die Niederlande es dann noch defensiver gemacht hat mit den Wechseln. Man hat hier markiert Rertreuter eingewechselt. Dementsprechend hattest du hin und wieder sogar sechs Spieler, um hinten zu verteidigen. Konntest also sowohl die vier Spieler im Zentrum gut aufnehmen, als auch die Außenverteidiger von Deutschland, wenn diese nach vorne schieben. Und dadurch, dass du dann so viele Spieler hinten hattest, konnten die Innenverteidiger auch aggressiver nach vorne verteidigen, wenn sich eben Spieler wie Havertz, Wirtz hier in dem Fall fallen. Und so fehlte dann gegen Ende die nötige Durchschlagskraft, um das Spiel doch noch für sich zu entscheiden, was vom Spielverlauf her schon verdient gewesen wäre. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass das Unentschieden vom Spielverlauf von den Chancen her nicht in Ordnung geht. Da war man defensiv halt hin und wieder zu nachlässig. Dennoch ist man, wie ich finde, auf einem guten Weg. Man hat hier gegen einen EM-Halbfinalisten bestanden, war sogar die leicht bessere Mannschaft. Und mit einem Unentschieden auswärts gegen den besten Gruppengegner kann man ja auch durchaus leben. Das soweit meine Analyse zu Deutschland gegen die Niederlande. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, eure Erkenntnisse vom Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao.